Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Hallo Leute, heute steht abfahrbereit, heute auf Gleis 3 der D362. Jetzt bewegen wir uns im Jahr 1981 auf der Allbeistrecke, Allbeibahn. Das ist ein gemischter Zug. Die ersten fünf Wagen unseres D362 bestehen aus SBB RIG Wagen. In der Mitte, da wo dann der deutsche Teil dann kommt, in der Mitte ist ein DMS von der SBB. Am Schluss des Zuges sind drei deutsche D-Zugwagen, und zwar die ersten zwei sind Kurswagen München-Freiburg. Und der letzte mit einer Pop-Lackierung der Wagen ist von Lindau-München. Der gesamte Laufweg des Zuges ist von Genf nach München und von München nach Genf. Viel Spaß mit dem Video, Like und Aber nicht vergessen. Ciao! Und dann geht's von den nächsten Mal. Vielen Dank. 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 Ich hoffe,